4. Berufsausbildung Ich habe eine Ausbildung in einer Metzgerei gemacht und danach vier Jahre in einem Supermarkt gearbeitet. Dann konnte ich meine Meisterprüfung machen. Das hat ein Jahr gedauert. Auf der Meisterschule habe ich meinen Mann kennengelernt und bin mit ihm nach Stuttgart gegangen. Hier haben wir seit über zehn Jahren unsere eigene Metzgerei. 4. Berufsausbildung Ich habe eine kaufmännische Lehre im Geschäft von meinen Eltern gemacht. Wir haben schon seit drei Generationen einen Familienbetrieb. Mein Vater hat mich ausgebildet und danach habe ich das Geschäft übernommen. In Abendkursen und zusätzlichen Seminaren habe ich viel über Geschäftsführung und Betriebswirtschaft gelernt. Nach der Schule habe ich keine Lehrstelle bekommen. Ich wollte Mechatroniker oder Schlosser werden. Zuerst habe ich meinen Eltern auf dem Bauernhof geholfen und dann war ich bei der Bundeswehr. Danach wollte ich erstmal weit weg. Ich bin nach Australien gereist. Work and Travel Arbeiten und Reisen Ich habe gejobbt, Englisch gelernt und viel gesehen. Dann habe ich Waldarbeiter gelernt. Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Mit 17 Jahren war ich schwanger und habe deshalb geheiratet. Ich habe mein Abitur später am Abendgymnasium gemacht und dann Medizin studiert. Mein Mann hat in dieser Zeit den ganzen Haushalt organisiert. Ein Jahr ist er bei unserer Tochter zu Hause geblieben. Jetzt haben wir es geschafft. In der letzten Woche haben wir mein Examen gefeiert. 9. Kindergarten in Deutschland A. Wir über uns Elterninitiativen gibt es seit den 70er Jahren in Deutschland. Seitdem haben wir ein breites Angebot für Kinder aller Altersgruppen geschaffen. Elterninitiativen orientieren sich an den Wünschen und Bedürfnissen von Eltern und Kindern. Wir sind vielfältig und flexibel. Öffnungszeiten, Gruppengrößen. Eltern und Erzieherinnen erarbeiten gemeinsam das pädagogische Konzept. Die Kinder werden in kleinen Gruppen, acht bis zwölf Kinder, von mindestens zwei Personen betreut. Wir fördern die Kinder individuell, zum Beispiel auch beim Sprachenlernen. Wir haben Plätze für Kinder von eins bis sechs Jahren und für Schulkinder. In Gruppen mit Kindern von zweieinhalb bis sechs Jahren lernen die Kinder auch voneinander. Geschwister von Kindern, die bereits in der Initiative sind, nehmen wir bevorzugt auf. Wir haben auch Plätze für Kleinkinder, denn immer mehr Eltern wollen schnell zurück in ihren Beruf. Schulkinder, immer mehr Initiativen bieten Betreuung der Kinder nach der Schule an. 90% der Eltern in den Initiativen sind sehr zufrieden mit ihrer Einrichtung. Die Eltern brauchen für die Mitarbeit in einer Elterninitiative viel Engagement und Zeit, aber sie ist ein idealer Treffpunkt für Eltern und Kinder und fördert die sozialen Kontakte im Stadtteil. Das Gefühl, mein Kind ist gut aufgehoben, führt zu guten Beziehungen unter den Nachbarn und hilft vor allem berufstätigen Frauen. Die Kinder haben mehr soziale Kontakte und Lernerfahrungen im Zusammensein mit anderen Kindern aller Altersstufen. Elterninitiativen sind in der Regel als Vereine organisiert und bekommen meistens Zuschüsse vom Staat. B. Seit 1996 haben Eltern in Deutschland das Recht auf einen Halbtagskindergartenplatz für Kinder ab drei Jahren, bis sie in die Schule gehen. Für jüngere und ältere Kinder gibt es Plätze nach Bedarf. Dieser Rechtsanspruch ist aber von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden. In einigen Bundesländern haben die Kinder nur einen Anspruch, wenn ihre Eltern berufstätig sind und oft wird nicht garantiert, dass der Kindergartenplatz in der Nähe vom Wohnort ist. Auch die Preise sind von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. So muss z.B. eine Familie in Bremen für zwei Kinder 3.096 Euro im Jahr bezahlen. In München dagegen nur 1.152 Euro. In Lübeck kostet ein Kindergartenplatz sogar 1.692 Euro pro Jahr für ein Kind. Viele Städte geben Ermäßigung, wenn eine Familie zwei Kinder im Kindergarten hat, andere nicht. In den meisten Städten und Gemeinden sind Kindergartenbeiträge vom Einkommen der Eltern abhängig. Aber nicht in allen, in Berlin, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist das letzte Kindergartenjahr kostenlos. Diese Unterschiede behindern die Chancengleichheit unter Deutschlands Kindern. Deshalb fordern Eltern und Erzieher, dass der Halbtagskindergarten ab dem dritten Lebensjahr in ganz Deutschland kostenlos sein muss. Je früher ein Kind im Kindergarten gefördert wird, desto besser sind seine Chancen im Leben. Das darf nicht an den Kosten für einen Kindergartenplatz scheitern.